Echt jetzt? War ja irgendwie klar, ne? War ja irgendwie klar. Okay, Frauenschuhe wird sehr gerne gesehen. Frauenschuhe werden sehr gerne gesehen, das heißt, wir knatschen hier nochmal ein paar mehr Frauenschuhe hin. Wer hätte das erwartet, ey? Tut mir leid, an alle Frauen. Aber echt jetzt. Das war so absehbar. Ja, ich kann das erstmal hier alles voll planten, sag ich mal. Zack, 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 zack und zack. Ja. Ach, komm, ey. Okay, okay, Moment. Was wird denn alles an den Sachen... Äh, Unterwäsche geht, ne? Ja, Frauenschuhe am häufigsten. Und danach eher... Frauenunterwäsche, sag ich jetzt mal. Männerunterwäsche. Also, es braucht viel mehr Frauenschuhe. Wie gesagt, war ja irgendwie abzusehen, ne? Ach, Mensch. So, so, dann mache ich hier oben nochmal alles voll mit Woman-Linjury. Zack, zack, zack und dann kommt hier nochmal Man-Andrea hin. Einfach so. Man-Schuhs. Ach, nee, Man-Schuhs werden sogar mehr gebraucht als Man-Underware, ne? Shit. Nee, eigentlich recht selten. Ja, dann reicht das mit viermal. Komm, das passt. Das passt. Ähm, so, was wird denn an den anderen... Ich kann erstmal bauen. Erstmal bauen. Doki, erstmal bauen. Ich kann das eigentlich alles wieder abbreich sein. Sein, Build, Objects, das bitte alles weg. Weil ich das hier nochmal bauen muss. Zack, zack, zack. Ein drüber, genau. Zack, 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 zack. Eigentlich muss ich das ja hier auch... Ne, so der, der Dings halb... Ach, nee, gar nicht. Sieht so viel cooler aus. So, eigentlich schon so, ne? Aber, ich weiß nicht. Geht halt nicht, weil ich hab da keine Kante drin. Aber gut, okay. Ähm, Select. So, Needs. Ähm, wir brauchen da am meisten... Warte mal, ist das Orangene, was wir haben? Äh. Ne, das Orangene kann ja nicht das sein, was wir haben, oder? Das Orangene ist das, was benötigt wird, oder nicht? Ja, klar. Das haben wir nämlich noch gar nicht, glaube ich... Haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Gut, ja, das Orangene ist das, was wir... Okay, ich glaube schon. Oder? Ach, Mann. Äh. Jackets und Dresses. Und Hosen. Jackets, Dresses, Hosen. Ja, mach ich mal noch, äh... Eins, zwei... Drei, vier... Fünf, sechs Jackets. Komm hier nochmal sechs Dresses hin. So, dann haben wir nämlich zehn. Dann nochmal Pants. Sechs Stück. So. Und dann werden benötigt... Jackets, Dresses, Pants. Ja, T-Shirts und Shirts. Codes, relativ wenig eigentlich. Davon haben wir noch genug. T-Shirts und Shirts. Das heißt, wir machen nochmal... Ja, hier fünf T-Shirts hin. Vier... Fünf. Und hier nochmal... Vier Shirts. Ne, achtmal das... Und nochmal zweimal Codes hier hinten hin. Passt schon. So ist das okay. Ähm... Dann außerdem nochmal... Typ A pflanzen. Zwei Stück. Das sieht hier oben halt echt komisch aus, ne? Aber egal. Ist schon okay so. Und nochmal eine Typ B Pflanze. Nicht da. Hier. Was ist denn mit den Bauarbeitern heute los, ey? Jut. So, wir richten jetzt noch... Was haben wir jetzt eigentlich? Hier ist voll... Ach, in der Futs... Oh, what? Oh, man. Ja, das müsst ihr aushalten, Leute. Tut mir leid, aber... Das geht nicht anders. Das kann ich jetzt nicht ändern. Weil... Alter. In der Futterluke sind die Schlangen voll. Ach so. Und wir haben zu wenig... Ja. Ich muss ein Restaurant später bauen, ey. Später werdet ihr mehr haben, Leute. Später werdet ihr mehr haben. So. Was machen wir da oben denn hin eigentlich? Ich glaube, da machen wir einfach nur... Alles hin. Ja, alles jetzt auch nicht, aber... So. Ähm, was wird denn an... Ja, Fast Food haben wir nur. Entertainment... Gut. Äh... Ja. Videogames, yeah. Okay, Toys und Videogames werden am meisten... Gebraucht. Wird ja auch den hier, ne? Ne. Toys? Was sind denn Toys? Da sind Toys. Aber keine Videogames, ne? Aber DVDs und so. DVDs doch auch. Okay. Auch auf diesen Regalen. Alter. Okay. Machen wir mal. Was sind denn das nochmal? Vier Sachen, ne? Eins, zwei, fünf. Okay. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh... Wie viel hab ich da eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Regale, dann zwei frei. Okay, okay. Drei, vier, fünf Regale. Zwei freilassen. Doppeltüren. Alles klar. So, bis dahin hab ich das vollgeklatscht, sag ich mal. Wo sind denn meine ganzen Bauarbeiter eigentlich? Die haben doch gar nichts mehr zu tun. Guck mal, die haben... Äh, was ist denn mit denen eigentlich los? Ach so, die haben alle Hunger? Äh... Das ist unlucky. Soll ich denn erstmal ein Restaurant bauen? Ja, kann ich ja nicht, wenn die alle Hunger haben. Warte mal. Hä? Shit. Das ist grad schlecht. Egal. Äh... Ich mein jetzt, also, es ist grad, ähm... Ja... Ist grad bisschen doof, muss ich sagen. Ist grad ein bisschen doof. Okay, ich muss erst mal gucken. Genau. Erstmal gucken. Bild. Ähm... So, was würde ich denn hier alles bauen? Videogames und so, ne? Warte mal. Das sind alles Media and Toys. Electronics kann ich auch nochmal. Eins. Das ist alles auf den Tischen, ne? Alles? Ne. Aber Waschmaschinen gehören auch zu? Ja, klar. Macht Sinn. Okay. Dann mach ich hier, glaub ich... Den Rest voll mit solchen Tables, weil... Warte mal. Warte mal, hä? Der ist ein Länger. Ist nicht dein Ernst, hä? Das kann doch gar nicht sein, oder? Kann doch gar nicht sein! Oh, ne. Sag jetzt nicht, dass es asymmetrisch ist. Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen ausmachen. Äh, oh, ne. Ne. Finde ich nicht okay? Oh, dann ist das jetzt halt so. Oh, kacke. Nee, oder? Oh, Mann. Hä? Nee, warte mal. Das kann gar nicht sein. Tja, das ist doch abgemessen alles. Hä? Okay, jetzt bin ich... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... ...eben, acht, neun. Das ist eine ungerade Zahl. Das heißt, die Seite kann doch gar nicht länger sein. Warte mal. Jetzt bin ich aber... Oh. Jetzt bin ich aber verwirrt. Hä? Wieso sind das jetzt 78 lang? Das war doch 79 lang. Das war doch 79 lang. Das hier sind jetzt... Wie viele? 13. Und das hier sind... ...drei... Hä? Okay. 21. Oder was? 21. 20. Ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, nee. Ich glaube, ich muss das alles nochmal umbauen später. Shit! Was? Och, komm! Ist doch jetzt nicht dein Ernst, ey. Ich muss das ein länger bauen jetzt hier. Alles einen länger bauen. Und... Sie ist 35 lang. Und... Das hier... ...ist jetzt 37 lang. Ach... Kacke! Ach... Kacke! Kacke! Och, Mann! Äh... Das ist jetzt richtig, richtig unlucky. Alter! Okay. Hä? War das nicht... Aber das war doch vorher 79, oder? Hab ich doch... Ich hab doch nicht... Hä? War das nicht vorher 79? Als ich hier gemessen hatte? Ja. Ja. Das war nur locker 79, oder? Die Wand kann auch noch ein weiter weg. Ich kann erstmal nur eine neue Wand bauen. So, zack, hier. Zack. Dann die Wand weg. Und die Wand kann weg. Und die Wand kann weg. Dann kann... Das Objekt weg. Und da ist alles weg. Dann kann... Neuer Müll einmal da hin. Und Neuer Müll einmal da hin. Da einer hin. Da einer hin. Der kann weg. Der kann weg. Die Pflanze kann weg. Türen können weg. Hier kann eine Pflanze hin. Hier kommt eine Tür hin. Gleich. Zack. Hier eine Tür hin. Und da eine Tür hin. Dann... Kann der hier weg. Hier muss ich eine hier weg machen. Das kann weg. Die drei können weg. Hier eine Wall hin. Und hier... Eine Wall hin. Und das hier kann dann weg. Ähm... Der muss das hier auch weg. Naja, die Uhr muss weg. Muss ich das jetzt alles hier wirklich wegziehen? Och, Kacke. Oh, Mann. Okay. Alles weg. Obwohl, nein. Das hier kann ja bleiben. Ja, das hier kann auch bleiben. Ich mach erst mal das hier alles weg. Ist das die Pflanze auch mal da? Hier kommt eine neue Wall hin. Äh... Hier kommt eine Wall hin. Die kommt weg. So. Erst mal gucken. Wie viel hab ich hier jetzt? 15. Und hier hab ich jetzt... 13. Ja, weil... Hier hab ich... 18. Und hier hab ich... 20. Genau. Äh... Nein. Also das hier kann weg. Naja, Wall kommt da ja trotzdem hin. Hier auch. So, warte mal. Hier muss ich... 15. Äh... Toll. Das muss ich jetzt abzählen. Ist das dein Ernst? Nee, das kann ich später auch machen. Hm. So. Denn brauch ich jetzt erst mal... Eine Toilettenkabine. Urinale. Dispenser. Und... Toilet... Toilett-Sinks. Außerdem... Nervt das hier. So. Das gehört noch dazu. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Und das gehört dazu. So. Und dann muss ich hier ja auch alles nochmal einverschieben, ne? Ja. Toll. Wie viel hab ich denn hier nochmal? 23. 24. Stimmt, weil ich hier 13 und hier 14 hab. Stimmt. Dann brauch ich bitte... Hier nochmal Walls. Das hier kann weg. So, dann hab ich hier jetzt... 25. Und hier hab ich 4... Äh, 23, ne? Genau. Dann brauch ich nämlich nochmal... Das kann weg. Das kann alles weg. Die ganzen Pflanzen und die ganzen Wasserspender und die ganzen Kassen und so können alle weg. So, dann kommt die Wall weg. Und die Wall weg. Da muss hier ne Wall hin. Ach man, ey. Hier kommt ne Wall hin. Und da muss hier ne Wall hin. Hier kommt ne Wall hin. Da kommt ne Wall hin. Äh. Mach das hier mal weg, bitte. Mach das mal weg. Komm, Bauarbeiter? Ja. Ne. Doch. So. Sehr gut. Das hier. Zack. Nein. Hey. Oh. Storage. Oh, warte mal. Upsi. So. Das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Das hier ist ein Store. Das kommt weg. Ups. Das kommt auch noch. Nein, das ist auch dazu. Das kann weg. Das gehört dazu. Hier kommt das weg. Und außerdem. Hier ne Wall hin. Der Mülleimer kann weg. So, jetzt hab ich hier 24. Hier 13. Hier 24. Hier 13. Hier hab ich 15. Genau wie hier, oder? Hier hab ich 16. Ja, dann muss ich das hier alles nochmal einverschieben. Das kommt alles weg. Hier kommt auch ne Wall hin. Hier kommt Walton. Da kommt auch ne Wall hin. Wall, Wall. Zack. Zack. Und... Das muss weg. da kommt eine wall hin hier kommt ein staff tor hin so dann habe ich jetzt jetzt habe ich aber alles richtig 45 ach so ich muss ja eigentlich 15 ok 15 alles klar 23 was wie was 22 ok muss schon sagen er 22 hier sind 13 und hier sind 13 alles klar hier sind 34 34 und dann ist es auch richtig auch gottchen leutchen jetzt muss ich den aber auch noch verschieben remove weg damit bitte noch neuen und zwar hierhin bauen danke ok leute aber ich würde sagen das war es mit dieser aufnahme session das hat mich gerade zu genervt zu sehr genervt jetzt macht das ja auch viel mehr sinn also irgendwie glaube ich oder ach keine ahnung ich hoffe es euch gefallen leute wir sehen uns bei das nächste mal wieder haut da rein